Walter Kohler aus Köln Ja, das ist zum Einstieg erstmal, da geht meistens auch noch ein Zweiter, aber ich brauche heute Walter Kohler aus Köln 190 jetzt wie noch der Antel, bisschen gerade hinlegen, liegt nicht ganz gerade, der hebt selber raus Da ist es halt wichtig, wenn man selber aussieht, dass die Antel auch schön gerade liegt, liegt sie gerade? Ja, der Walter heute 120 Kilo Körpergewicht, das ist zweiferschwer, 190 zweiter Besuch, das ist der Spaß da Ja, das ist auch fast besser aus als 180 geben, das werden wir glauben, das sehen wir nicht 200 Kilo, 4 Zentner auf der Hantel für Walter Kohler Da wird noch die Ständerhöhe eingestellt, der Walter hat schon mal lange Arme Er kommt aus den Wurfdisziplinen der Leichtathletik, aber ist auch schon viele Jahre beim Warndrücken dabei Und dafür, dass er lange Arme hat, fasst er auch noch sehr schmal, also hat dadurch natürlich einen extremen Weg Schaut euch mal die Technik an, die ist ungewiesen Walter Kohler aus Köln, 200 Kilogramm für ihn im dritten Versuch Das hat wirklich nicht viel gefehlt, aber es ist eben das Problem, wenn man so schmal passt Vielen Dank